TORIS TEATIME Auf ne Tasse Tee mit Owe Petersen von GPJUEL Ja, was ist GPJUEL eigentlich? Was kann es? Und was will es? Fakt ist, es wirkt wie eine riesige Erfolgsstory. Bereits über 400 Mitarbeiter, international agierend und gefühlt hier bei uns in Nordfriesland in aller Munde. Mein heutiger Tee-Gast hat GPJUEL zusammen mit seinem Partner, der das G in GP ist, 2009 gegründet. Mit der Überzeugung, dass 100% erneuerbare Energieversorgung machbar ist. Und wir erfahren heute, wie weit wir davon entfernt sind und werfen auch einen Blick in den Osten, in die Ukraine. Nämlich, was die Auswirkungen auch auf Deutschland sind im Bereich auf die Energien. Und dazu möchte ich jetzt mit Owe Petersen sprechen und sage Moin Owe. Schön, dass das mit uns beiden hier bei euch in den Reußenkögen geklappt hat. Moin. Moin Tore. Schön, dass du da bist. Wo bin ich denn eigentlich gerade hier? Wo sitzen wir? Ja, eigentlich in einer guten Stube, würde ich sagen. Das ist ja hier mein altes Elternhaus und wir haben hier eigentlich auch immer nur gesessen, wenn es eigentlich richtig gute Dinge gab. Also so wie jetzt. Nee, es ist unser altes Familienhaus und jetzt mittlerweile nutze ich es als Gästehaus beziehungsweise auch als Konferenzhaus. Also du bist hier aufgewachsen? Ja, hier bin ich aufgewachsen. Auf dem Hof, wo jetzt auch GP Jewels Areal ist, bist du aufgewachsen und arbeitest jetzt auch hier. Ja, genau. Ich darf hier immer noch arbeiten, bin ich auch ganz glücklich darüber. Cool. Wir sind hier vor sechs Jahren weggezogen und seitdem haben wir hier ein paar Gästezimmer für die Mitarbeiter eingerichtet. Und das wird gut genutzt, weil die Mitarbeiter ja nicht diese 400, die du gerade angesprochen hast, nicht alle nur von hier kommen, sondern auch auf den anderen Standorten sind. Und wenn sie denn mal hier sind, nutzen sie das häufig auch als Übernachtungsmöglichkeit. Und hier trifft man sich dann auch so ein kleiner, eigentlich noch ein bisschen wie früher. Ich habe hier jemanden, der ein sehr gutes Frühstück macht, wo alle ganz begeistert sind. Und du lebst wo mittlerweile? Ich komme aus Bordelum. Aus Bordelum? Genau. Da wohne ich. Ja, musste ich mich auch erstmal daran gewöhnen, nicht mehr im Kuchzuhren. Aber ich musste mich vor allen Dingen erstmal daran gewöhnen, nicht mehr da zu leben, wo ich eigentlich arbeite. Das hat man so als Landwirt ja ganz anders. Da lebt man ja eigentlich immer da, wo man auch arbeitet. Aber für mich war das ein wertvoller Schritt, weil dadurch habe ich auch ein bisschen Privatsphäre zurückgewonnen. Und Abstand auch gewonnen. Und Abstand, genau. Du sagst es ja schon, du warst, du bist Landwirt. Betreibst du denn neben GP auch noch einen privaten Landwirtschaftsbetrieb? Also ich habe selber nicht mehr so viel damit zu tun, aber es gehört tatsächlich immer noch ein landwirtschaftlicher Betrieb hierzu. Und den leitet jetzt glücklicherweise mein Neffe. Der ist seit einem Jahr dabei. Und vorher hatte ich Verwalter und habe ein ganzes Team auch dahinter, die auch die Landwirtschaft, die Biogasanlage betreuen. Und also klar, ich bin da immer noch mit Herzblut dabei und wir versuchen das immer weiterzuentwickeln. Und es ist jetzt ein Betrieb mit größtenteils Bio ungefähr, so drei Viertel ist Bio und der Rest ist konventionell. Wie wird man denn von einem Landwirt zu einem Unternehmer, zu einem Geschäftsführer von einem Multimillionenunternehmen? Ja, also auch als Landwirt ist man ja Unternehmer. Also das sind ja auch Unternehmungen, die man da schon immer gemacht hat oder getätigt hat. Meine Eltern auch schon vorher oder auch unsere Nachbarn hier. Jeder ist hier Unternehmer und ich habe damals mich schon immer für diese Themen interessiert. Wir sind ja hier auch im Bereich der Erneuerbare Energien schon echt tätig gewesen. Wir sind gerade im Windbereich eher die Pioniere hier die Windkraftanlage, die hier kurz um die Ecke steht. Die ist von Kuddelhansen, die ist von, ich glaube, von 86 oder noch früher, ich glaube, irgendwie so da. Und da bin ich mit groß geworden, auch mit dem Blick da drauf, mit den Ideen dahinter. Und ja, dadurch, dass wir im Studium uns auch mit vielen Alternativen beschäftigt haben, gerade für die Landwirtschaft, war das so ein bisschen so ein Trigger, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, weil auch als wir anfingen, GPJU ist ja, ich sage mal, nicht ganz der Anfang meiner Erneuerbaren Energienhandlung, das war ja 2003, als wir hier den ersten Solarpacks geplant haben. Das sind eben so Themen auch gewesen, um auch ein zweites Standbein für die Landwirtschaft auch zu entwickeln. Und ja, das haben wir ja auch erst mal nur nebenbei gemacht. Wir hatten dann zwar schon ein kleines Team, wir waren so nachher, glaube ich, so 10, 15 Mitarbeiter, bevor wir dann GPJU gegründet haben. Machst du mal sagen, wer wir ist? Ja, mein Partner und ich, Heiner Gärtner, den habe ich ja im Studium kennengelernt, als ich Landwirtschaft in Bayern, in Freising studiert habe, in Weinstephan. Warum da unten? Ja, ich bin ja mal davon ausgegangen, dass ich mein Leben lang hier oben bin und nie wieder was anderes sehe. Da habe ich gesagt, dann kannst du mal zum Studieren woanders hingehen. Das habe ich dann davon gehabt, dass ich dann eigentlich doch nach, mit meinem Studium eigentlich auch so erlebt habe, dass man, und wenn man so unternehmerisch tätig ist, bin ich auch immer ganz gerne unterwegs. Das hat sich aber auch erst danach herausgestellt. Und ja, da habe ich meinen Kollegen kennengelernt, den kenne ich jetzt auch 25 Jahre. Wir haben gerade Silberhochzeit gefeiert im Oktober letzten Jahres und haben mit dieser Idee rund um die Erneuerbare, aber auch noch andere Ideen entwickelt, wie eigentlich, wie wir uns so die Zukunft vorstellen und wo wir auch Einfluss drauf haben können. Und die Landwirtschaft ist ja schon auch in meinen Augen eine ganz tolle Kreislaufwirtschaft, die wir so haben. Sie sind, ich sage mal, nicht immer auf dem richtigen Pfad. Das tut sich natürlich im Moment auch einiges. Aber das ist schon ein Bereich, der ja sehr erneuerbar ist und auch erneuerbar gelebt wird. Und die erneuerbaren Energien, also sprich die Technologien, die dann Strom erzeugen, die sind ja unglaublich weit entwickelt. Ich sage mal, so eine Solaranlage erntet ungefähr das 20-fache an Energie pro Hektar, wie eine Pflanze es machen kann. Und das zeigt eben, wo die Entwicklung auch hingegangen ist. Wir fingen damals so an mit dem 10-fachen ungefähr und heute sind wir schon beim 20-fachen. Und das zeigt eben auch, dass wir eben dieses große Ziel 100% Erneuerbarung irgendwo schaffen können. Ja, und warum haben wir es gemacht? Natürlich auch, weil wir hier einen Deich vor der Nase haben und wissen, wie es ist, wenn mal Hochwasser ist. Und ich habe auch mal gesehen, wie mal Wasser über den Deich schwuppt. Und das sind alles so Themen, die uns auch beschäftigen, weil wir Familie haben, weil wir unseren Standort hier auch lange bewirtschaften wollen. Und nicht nur noch die nächsten 35 Jahre, sondern eigentlich die nächsten 300 Jahre am liebsten. Und dafür müssen wir jetzt was tun. Bist du denn mit der Entwicklung in den letzten 2-3, erstmals angefangen, 2-9-GP begonnen, zufrieden mit der Unternehmensentwicklung oder geht da noch mehr? Ja, es war ja immer so, dass es eigentlich nicht absehbar war, wie sich das entwickelt. Also es war schon, ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir dann so 2009 gestartet sind, da hat man die Landwirtschaft so ein bisschen in Verwalterhände übergeben, sodass ich dann fast gar nichts mehr mit zu tun hatte. Und dann fingen wir an, hier das erste Büro auszubauen. Und dann meinte ein Mitarbeiter von mir, der meinte, dann sag mal, sollen wir die Wand nicht gleich noch mit wegnehmen, damit das Büro gleich ein bisschen größer wird. Und ich so, nee, nee, so groß werden wir nicht. Und da waren wir so dann bei 10 oder 15 Mitarbeiter dann nachher hier auf diesem Standort. Und das ging natürlich dann ratzfatz und die Entwicklung war natürlich extrem auch. Weshalb ging das denn ratzfatz, was ist passiert? Ja, wir sind, glaube ich, mit dem richtigen Thema damals eingestiegen und haben uns da, ja, sind da ja immer professioneller geworden und konnten dann relativ viele Projekte umsetzen, weil das von 2009 bis 2012 ja auch alles recht gut ging. Dann kam natürlich, ich sag mal, schon die erste Vollbremsung durch Altmaier. Dann kam das nicht nur in Deutschland, dann wurde auch in ganz Europa 2014 alles ein bisschen weniger. Nimm uns mal mit, die Leute, die nicht so in der Branche sind, was hat Altmaier 2012 und 2014 gemacht? Ja, genau, 2012, genau, 2012 war ja, kam dann das neue EEG raus, wo… Kannst du das auch direkt mal sagen? EEG, was heißt das? Ja, genau, das EEG, das Erneuerbare-Energie-Einspeise-Gesetz. Und das hat eben die Menge an, damals an neuen Anlagen, die ans Stromnetz gehen durften, im Solarbereich stark reduziert. Wir haben damals so die Jahre von 2009 bis 2012 so jedes Jahr so sechs, sieben Gigawatt gebaut. Nicht wir, aber ganz Deutschland wurden installiert, die Branche in Deutschland installiert. Und das ging dann runter auf, in der Ausschreibung auf 400 Megawatt. Also weniger, ja, weil man eben nicht wollte, dass mehr Anlagen dazugebaut werden, weil man dachte, es wird alles viel zu teuer. Anstatt, dass man gesagt hat, wir reduzieren einfach nur den Einspeisetarif, um die Kosten zu sparen, hat man gesagt, wir bauen gar nichts mehr aus. So, und das hat sich, ja, hat sich ja auch in der Branche wiedergespiegelt, dieser Akt. Da sind ja viele auch, dann konnten nicht mehr überleben. Und viele, die damals mit uns 2009 gestartet sind, die gibt es gar nicht mehr. Gerade im Solarbereich, der Windbereich wurde ja erst später schwächer. Und ich sage mal so, die Zeit zwischen 2014 und 2018, das war so eine richtige saure Gurkenzeit. Wir waren zwar international schon stark aktiv, aber wir haben dann auch so ein bisschen von unseren Angesparten gelebt, was wir in den ersten Jahren auch verdient haben und auch weiter investiert. Weil wir haben schon seit 2010 sind wir in Wasserstoff investiert. Da haben wir den ersten Elektrolysehersteller gekauft und weiterentwickelt. Wir sind seit 2011 im Bereich der Elektromobilität in den ersten Schritten gewesen. Wir haben auch schon seit 2010 entwickeln und bauen wir auch Wärmenetze, sodass wir uns schon schnell auch diversifiziert haben in unseren Einkommensmöglichkeiten. Das hat uns geholfen, diese Zeit auch gut zu überstehen. Und wir haben da nicht stagniert, wir sind auch weiter größer geworden. Und haben natürlich auch immer ein bisschen darauf gehofft, dass diese Zeit irgendwann kommt, dass es verstanden wird, wie wichtig diese ganzen Technologien auch sind und wie wichtig diese Art der Energieerzeugung ist. Und sind dann ja mit Fridays for Futures Ende 2018, 2019, dann ist der Markt auch wieder in Gang gekommen. Und ja, in dem sind wir jetzt. Ist er immer noch im Gang? Er ist immer noch ordentlich in Gang, muss man schon sagen. Eigentlich stärker als gehofft schon fast, muss man sagen, gerade durch die letzten Tage natürlich. Und für uns ist es Sinn, wir haben uns glaube ich gut vorbereitet auf diese Zeit, wir haben uns gut strukturiert und sind jetzt eigentlich mit unserem Produktportfolio, mit unserem Produktangebot, stehen wir ganz gut dort und haben, ich denke mal, gute Referenzen geschaffen in der Zeit, wo es auch noch ein bisschen schwieriger war mit eFarm, mit unseren Wasserstofftankstellen hier in Nordfriesland. Und wir haben hier eigentlich doch dann zum Schluss aufs richtige Pferd gesetzt. Und da sage ich immer, früher hat man zu uns gesagt, weil man uns auch nicht so richtig verstehen konnte, sagen wir, ihr habt doch einen Bauchladen. Das hat man so früher immer gesagt, das ist doch ein Bauchladen. Und Bauchladen muss man ja schon sagen, das kann auch ein bisschen abfällig wirken. Und heute sagen die Leute immer so, ja ihr habt so einen schönen Baukasten. Hört sich auch schon gleich viel besser ab. Und so ist es auch. Wir haben Baukasten im Bereich der Energiewirtschaft, muss man heute sagen. Was ist denn in diesem Baukasten alles drin? Wenn Nordfriese fragt, Mensch, was macht GPJoule eigentlich alles? Was macht ihr? Ja, wir projektieren, das heißt, wir planen Erzeugungsanlagen, Windkraftanlagen und Solaranlagen. Die plant ihr? Ja, die planen wir. Also das heißt, wir machen die Genehmigungsplanung, wir machen aber auch die technische Planung. Und dann sorgen wir für die Genehmigung, dann sorgen wir dafür, dass die Anlage finanziert wird. Und dann planen wir sie eben auch so, dass wir auch sie meistens gleich bauen. Im Solarbereich sind wir so, dass wir sie auch komplett bauen. Im Windbereich wissen wir, dass die Windkraftanlagenhersteller das meiste mitliefern. Und da müssen dann nur die Netzanschlüsse und die Wege gebaut werden. Aber beim Solarbereich sind wir mit unseren eigenen Bauleitern und Subunternehmern dann dort dabei und bauen die ganze Anlage. Und dann, wenn die Anlagen fertig sind, ob Wind oder Solar, dann gehen die in die technische Betriebsführung. Da werden die gewartet und gepflegt. Flächenpflege und andere Sachen organisieren wir dann. Und dann bieten wir da auch natürlich die kaufmännische Betriebsführung davon an, dass eben so eine Gesellschaften auch geführt werden. Und was sich denn da angeschlossen hat oder was da parallel mitgewachsen ist, ist, was Gepi Juhl noch macht. Wir bauen und planen auch Wärmenetze, genau wie wir Solarpacks auch bauen in Kommunen. Auch hier in Nordfriesland haben wir einige Projekte schon am Laufen, die wir umsetzen. Was ist ein Wärmenetz? Ein Wärmenetz sorgt dafür meistens, dass irgendwo ein Wärme, ein Überangebot an Wärme irgendwie sinnvoll in der Kommune verteilt wird. Oder teilweise bauen wir auch eigene Wärmeerzeugung mit dazu. Zum Beispiel in Boßbüllen. Vorzeigendorf. Vorzeigendorf, genau. Da haben wir den Elektrolyseur ja hingestellt. Und da nutzen wir jetzt die Abwärme vom Elektrolyseur, aber wir nutzen auch die Wärme, die wir mit Hilfe einer Wärmepumpe herstellen. Sprich mit Strom dann wieder Wärme herstellen oder mit so einem Heizschwert. Die Energie nutzen wir, also rein erneuerbar, zum Betrieb dieser Fernwärmenetze. Das heißt, dann bauen wir große Rohrleitungen mit Vorlauf-Rücklauf. Dann wird die Wärme im Dorf verteilt und kommt dann als kälteres Wasser zurück und wird wieder angewärmt. Das machen wir auch bundesweit. Dann sind wir im Bereich der Elektromobilität jetzt seit sechs, sieben Jahren sehr aktiv. Bei uns kann man sozusagen Ladeinfrastruktur für seine Flotte kaufen. Also ihr baut keine Elektroautos. Wir bauen keine Elektroautos. Ihr stellt die Ladesäulen, die Infrastruktur zur Verfügung. Genau. Und das ist eben nicht nur die reine Ladesäule oder die Infrastruktur, sondern wir planen sie auch immer in Abhängigkeit der Erzeugungsanlagen. Das heißt, wir gucken uns an, wo kommt die Energie her. Da brauchen wir dann auch eine smarte Steuerung zwischen der PV-Anlage und der Ladesäule. Das heißt, wir versuchen das immer systemisch auch anzugehen, damit es auch günstig wird zum Schluss und auch vor allen Dingen energiewirtschaftlich sinnvoll wird. Das ist uns auch immer ganz wichtig. Wie viele Ladesäulen betreibt ihr? Betreiben tun wir gar nicht so viel. Ich glaube, das sind vielleicht irgendwo knapp 1.000 oder so. Oder wie viele Ladesäulen kann man mit eurer GP-Joule-Karte steuern? Mit unserer GP-Joule-Connect-Karte, glaube ich, kann man jetzt um die 150.000 Ladesäulen. Habe ich auch eine im Pompa. Ich befeiere auch viel mit Auto durch Deutschland. Es gibt wenige Ladesäulen, wo es nicht akzeptiert wird. Kurz auf das Thema eingehen. Hat E-Mobilität, ist das die Mobilitätsform der Zukunft oder der Gegenwart fast schon? Wie zufrieden du fährst selbst E-Auto? Wie zufrieden bist du damit? Ja, total. Also Elektromobilität ist tatsächlich die neue Mobilität. Ob sie nun batterieelektrisch ist oder wasserstoffelektrisch, das macht keinen Unterschied von der Anwendung her. Man fährt immer mit Strom und Elektromotor. Das ist schon ein Wechsel im Umdenken, der muss stattfinden. Wir werden auch noch andere Mobilität sehen. Wir werden auch noch den einen oder anderen Verbrennungsmotor in irgendwelchen Spezialmaschinen oder Geräten sehen, weil es sich da vielleicht nicht für lohnt, einen extra elektrischen Antriebsstrang zu bauen. Aber in der Summe können wir uns mal schön darauf einstellen, dass das alles elektrisch wird. Nordfriesland galt mal als der Kreis mit der höchsten Dichte an Elektroautos in ganz Deutschland. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Sind wir da wieder ein bisschen von abgekommen, weil andere Kreise nachziehen oder weil wir nicht hinterher kommen? Oder wie ist da der aktuelle Stand? Weißt du das? Also ich weiß eins, das ist, glaube ich, die Gemeinde Reusenkögel mit 35 Prozent Elektroautos. Ich bin mir nicht ganz sicher. In der Neuzulassung, glaube ich, war das. Dazu sollte man sagen, wie viele Leute hier auch leben. Ja, ja, genau. Aber immerhin im Verhältnis zu den Neuzulassungen sind wir hier führend. Also unsere Kommune, wir haben auch so einen Wettbewerb jetzt rausgebracht, dass die Kommune, die nächstes Jahr am dichtesten an uns rankommt, dass die dann auch einen Preis von uns kriegt. Und nett. Ja. Aber nee, wir haben ja, ich glaube, wir sind hier schon absolute Pioniere. Wir haben das erste Elektroauto hier angemeldet, damals im Kreis Nordfriesland. Und wir haben hier auch das erste Wasserstoffauto angemeldet im Kreis Nordfriesland. Und jetzt die ersten Busse, Wasserstoffbusse, laufen auch hier im Kreis Nordfriesland. Die sind auch von uns angemeldet. Also natürlich, wir werden nicht so schnell abgehängt. Das sind jetzt eher so die Landkreise, wo zum Beispiel Wolfsburg ist. Da hat man jetzt höhere Zulassungszahlen. Aber nee, ich glaube, wir sind da noch auf einem guten Weg. Und das, glaube ich, reißt auch nicht ab, wenn wir so weitermachen wie bisher. Profitiert Nordfriesland eher von GP oder GP eher von Nordfriesland? Ja, ich glaube, das ist eine Symbiose hier, in der wir uns bewegen. Das heißt, wir profitieren natürlich sehr von dem, wo wir herkommen. Und die Geschichte rund um den Hof, um die Herkunft, mit dieser Atmosphäre hinter dem Deich, ich sage mal von der Natur geprägter Landschaft, die eben deswegen auch die hohe Abhängigkeit von der Natur hat, glaube ich, da haben wir schon recht große Vorteile, dass wir hier gerade hier oben sind. Aber ich glaube auch, dass unsere Region auch was davon hat. Wir beschäftigen hier auf diesem Standort, ich weiß es nicht ganz genau, irgendwo so glaube ich mittlerweile bestimmt 200, 270 Mitarbeiter, die nur auf diesem Standort sind. Wir sind jetzt in der Summe auch schon über 500 Mitarbeiter. Und das strahlt natürlich nach außen auch aus. Und wir versuchen natürlich auch tolle Projekte umzusetzen, die auch einen Mehrwert bringen. Und ich denke mal, ich hoffe, dass auch Nordfriesland davon profitiert, dass wir hier sind. Ja, ganz offensichtlich. Du hast den Hauptpunkt angesprochen, das Personal. Es kommen viele, viele junge Menschen auch nach Nordfriesland, um hier in Nordfriesland bei euch zu arbeiten. Nehmen gegebenenfalls Familie mit, die wiederum hier, das ist so ein Kreislauf. Dank euch letztendlich. Dann zahlt ihr natürlich auch Gewerbesteuern hier. Wie viel? Ja, das hast du nicht im Kopf, ne? Das habe ich natürlich nicht so im Kopf. Aber ich glaube schon, dass... Aber den Umsatz hast du doch bestimmt im Kopf von GP. Ja, wir machen auch Umsatz. Ja, macht ihr. Genau. Ich habe, man findet den aktuellen nicht online, aber ich habe mal was von einem, vor zehn Jahren gibt es die Umsatzzahlen. Ja. Bevor ich jetzt Fake-News raushalte, wie waren die vor zehn Jahren? Was hast du denn gelesen? Warte. Ich meine, ich habe eine dreistellige Millionensumme im Kopf. Ja. Vor zehn Jahren. Ja. Ist das mehr oder weniger geworden? Ich meine, die Mitarbeiterzahl hat sich ja vervierzigfacht. Ja, also das ist etwas, was sich in dem Bereich bewegt und in dem unteren dreistelligen Bereich ist. Ja, genau. Denn lass uns doch über die Mitarbeiter sprechen. Kurz. Du sagtest mittlerweile schon über 500. Das letzte Mal, als ich guckte, waren es über 400. Aber was ich auch persönlich so mitbekomme, wenn ich bei LinkedIn gucke oder wo auch immer, GP entweder sucht immer oder stellt immer ein. Stellt ihr ein, weil es so eine hohe Fluktuation hier ist oder weil einfach so viele Leute kommen? Nee, weil wir so viele Leute auch gerade benötigen. Also wir haben uns in den letzten Jahren strukturiert. Wir sind aufgeteilt in sogenannte Business Units, sprich Geschäftseinheiten. Jeder Bereich ist eine eigene Geschäftseinheit, der dann zum Beispiel die Anlagen baut, die Anlagen plant, die Betriebsführung macht, die E-Mobilität macht, den Wasserstoff macht. Das sind bei uns aber alles, wir haben aktuell gerade sechs Business Units, werden jetzt noch zwei dazu kommen dieses Jahr. Und die haben wir so aufgebaut, dass da die auch vernünftig funktionieren. Die sind alle gut beschäftigt und die stellen auch alle ein. Das heißt, es ist jetzt nicht nur eine Unternehmung, sondern es sind halt viele Teilbereiche, die alle gerade recht viel zu tun haben. Und darüber hinaus gibt es auch noch bei uns so eine zentrale Verwaltung, die dann die neuen Märkte erschließt und da brauchen wir auch immer mehr Personal für. Wir sind sehr stark jetzt in Italien am Wachsen, in Frankreich. Und wir gehen gerade mit einer Dependance nach Irland. Und das sind so unsere europäischen Märkte, auch in denen wir sehr stark aktiv sind mit der eigenen Dependance. Sonst sind wir in den anderen Märkten eher so ein bisschen, man nennt das opportunistisch. Also wenn da ein gutes Projekt ist, dann gehen wir rein. Und wenn nicht, dann gehen wir doch gerne wieder raus. In Nordamerika seid ihr auch opportunistisch unterwegs oder schon weiter aufgestellt? Genau. Und bei Nordamerika sind auch noch mal gute 60 Mitarbeiter aktuell. Die gehören auch nicht mit dazu zu den guten 500. Da sind wir mit dem Team in erster Linie stark gewachsen im Bau von Solaranlagen. Und das machen wir in Kanada und in den, also sehr natürlich an der Grenze von der USA. Also Calgary sind wir viel unterwegs, Ontario. Und, also sprich Alberta und Ontario. Und dann machen wir recht viel in den, in dem, was ist das, Nordosten. Also in den New England States, da sind wir auch unterwegs. Wo geht das noch mal hin? Wo geht die Reise von GP noch mal hin? Werden asiatische Märkte noch irgendwann? Nee, ich glaube marktmäßig werden wir uns nicht mehr, werden wir uns jetzt erstmal auf Europa weiter fokussieren, weil der europäische Markt ist groß und hat ein riesen Wachstum vor sich. Wir wollen uns jetzt nicht unbedingt stark damit beschäftigen, in anderen Märkten stark zu wachsen. Wir haben noch einen Markt, den haben wir, das ist auch ein bisschen historisch bedingt, und den haben wir mal vor, ich glaube schon vor sechs Jahren anentwickelt. Das ist Südafrika. Da haben wir mittlerweile auch ein recht großes Projekt oder mehrere große Projekte, die wir hoffentlich in den nächsten Jahren auch umsetzen werden. Aber wenn wir da so fertig sind, dann glauben wir, gehen wir da auch wieder raus. Wir schauen uns auch ein bisschen was in Namibia an. Aber wir werden uns auf Europa konzentrieren. Wir werden in Nordamerika versuchen, nur noch Projekte zu entwickeln, also Solarparks in erster Linie. Und wir wollen uns mehr und mehr eben auch zum Energiedienstleister entwickeln. Das heißt, wir sind auch Stromvermarkter. Und das wird jetzt gerade ein bisschen stärker wachsen in den nächsten Jahren, weil wir sehen eben, dass viele Firmen müssen sich jetzt mit Grünstrom eindecken. Jetzt muss man eben auch die Vermarktung dahingehend ausrichten. Und wir werden auch nicht nur Stromvermarkter sein, sondern wollen in Zukunft eben auch Energieversorger sein, indem es folgt, dass wir eben nicht nur Strom vermarkten, sondern nur Gas, also sprich Wasserstoff oder irgendwie Biomethan, Mobilität und Wärme. Wasserstoff war das Thema. Du sagtest vor 10, 15 Minuten mal, hattest du gesagt, aufs richtige Pferd setzen. Ist Wasserstoff denn auch ein richtiges Pferd, auf das ihr gesetzt habt? Ja, also würde ich schon sagen. Wir haben, wir kommen ja hier, ich sage mal, es ist auch ein Vorteil, warum wir, dass wir in Nordfriesland sind, kriegt man eben auch viele energiewirtschaftliche Folgen mit. Das heißt, wenn viel Wind weht, wird hier auch viel Strom abgeschaltet. Und wir rennen ja so ein bisschen den Netzausbau hinterher. Kannst du das nochmal, Entschuldigung, Energie abgeschaltet. Was heißt das? Ja, wenn richtig viel Wind weht, dann produzieren die Windkraftanlagen. Und wenn dann auch noch die Sonne dazuscheint, die Solaranlagen so viel Strom, dass der nicht abtransportiert werden kann. Die Kapazitäten von den Kabeln reichen nicht aus. Und dann werden sie abgeschaltet von den Netzbetreibern. Und ja, dann kann man die Energie halt nicht verwerten. Und zusätzlich wollen wir ja auch nicht nur die erneuerbaren Energien für den Strommarkt nutzen, sondern wir haben ja auch noch andere Märkte, wie die Mobilität, wie auch größtenteils elektrisches, ja, aber nicht nur sein wird, wie der Wärmemarkt, der wird auch nicht nur mit Wärmepumpen belebt werden können. Und wir haben die Industrie, die ein großer Energieverbraucher ist, die auch einen ganz großen Teil der Energie auch als Wasserstoff benötigen. Und wenn man das so mal ein bisschen so überschaut, dann merkt man ganz schnell, ja, dass wenn zum Beispiel eben viel Wind weht, man eben auch gut sagen kann, man kann eh nie so viele Stromnetze bauen, dass der Strom dann wirklich wegtransportiert wird, sondern dass man dann auch sagt, ich wandle den Strom um hier vor Ort, benutze gar keine Netze, also für die Zeit, wenn viel Wind weht eben, und kann den Strom dann umwandeln in Wärme oder Wasserstoff. Und Wasserstoff ist eben aktuell eben interessant, weil in der Mobilität eben relativ viel Geld ausgegeben wird für den Kraftstoff, für die Fortbewegung. Und deswegen rechnet sich das eben heute auch schon. Und das haben wir, denke ich mal, ganz gut gezeigt mit unserem Projekt eFarm. Da waren wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Da haben wir dann vor fünf Jahren mal aufs richtige Pferd gesetzt. Da haben wir nämlich gesagt, vor fünf Jahren, wir müssen mal ein Projekt entwickeln, was den gesamten Kreislauf eben auch abdeckt und wo man dann auch erkennen kann, warum Wasserstoff auch so interessant ist. Und das wird heute aber in der Öffentlichkeit immer gerne ganz ein bisschen anders diskutiert, weil da rechnet man immer nur von der Ladesäule bis zum Auto. Und dann ist natürlich so ein batterieelektrisches Auto hocheffizient. Aber in der Zukunft wird es so sein, dass häufig der Strom, der dann eben aus der Ladesäule kommt, teilweise vorher schon Wasserstoff war. Weil ich kann ja nicht immer davon ausgehen, dass wenn ich mein Auto laden möchte, dass gerade die Sonne scheint oder der Wind weht. Oder dass vielleicht die ganzen anderen großen Verbraucher gerade keine Energie brauchen. Ich bin da ja auch im Wettbewerb. Und Wasserstoff ist eben eine Systemkomponente für unser Energienetz, welches unsere Ausbaugeschwindigkeit deutlich beschleunigen kann. Weil Wasserstoff kann ich, die Energie des Wasserstoffs kann ich eben auch, brauche ich nicht warten, bis dann ein Südlink gebaut wird oder sowas in der Richtung. Sprich die Leitung, die Bayern und Baden-Württemberg versorgen soll, weil das wird noch ein paar Jahre dauern und hat auch so gut wie keine Kapazität. Sondern ich kann die Erdgasnetze nutzen und dort eben den Wasserstoff in der gesamten Region verteilen. Und dann kann dieser Wasserstoff wieder zurück verstromt werden oder für die Heiz- oder Wärmemärkte genutzt werden, wo man eben nicht mit einer Wärmepumpe arbeiten kann. Kann für die Industrie genutzt werden. Und die wollen wir ja möglichst schnell dekarbonisieren. Und so ist es. Wasserstoff ist eben, wie gesagt, eine ganz wichtige Säule unseres zukünftigen Energiesystems. Und das wird leider noch nicht überall so gesehen. Und das versuchen wir zu zeigen. Und Wasserstoff hat noch einen riesen Vorteil. Die Erzeugung ist eben schön dezentral. Sie ist in der Fläche, man kann sie überall aufbauen. Natürlich am besten immer da, wo auch Wärme benötigt wird, weil dann stelle ich Wasserstoff auch mit einem relativ hohen Wirkungsgrad her. Nämlich so 96 Prozent, wenn ich die Wärme mal vernünftig verwerte. Und wir wollen ja die Wärmewende. Also brauche ich auch die Wärme. Im Sommer ist das natürlich ein bisschen was anderes. Aber da haben wir auch nicht so die Lastspitzen. Wir gehen schon davon aus, dass die meiste Energie für die Elektrolyse auch nachher aus der Windenergie kommt. Sag noch mal kurz Elektrolyse. Ja, ja. Ja, die Elektrolyse, das ist eben das Kernstück eigentlich der Wasserstoffherstellung. Erzeugung, ja. Da kennt man vielleicht noch aus dem Physikunterricht oder Chemieunterricht von früher, da hat man ja eine Lauge gehabt und da hat man einen Pluspol und Minuspol, Anode und Kathode reingesteckt, Gleichstrom draufgesetzt und dann kam auf der einen Seite Sauerstoff raus und auf der anderen Seite Wasserstoff raus. Das kann man heute auch noch mit so einer alkalischen Lauge machen. Aber heute die Technologien, die wir anwenden, das ist dann nicht mehr, dann keine Lauge mehr, sondern das ist nur noch eine Membran, die macht genau das Gleiche, die lässt nur Elektronen wandern und die sorgen dann dafür auch, dass man Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spalten kann. Und das sehr dynamisch und auch dort gehen die Kosten sehr stark runter, sodass wir den Wasserstoff auch zu Marktpreisen oder zu guten Marktpreisen auch herstellen können. Und wir rechnen ja eben hier durch IFAM auch einige Geschäftsmodelle durch, wie es so ist, wenn man die LKWs jetzt langsam umstellt, die 40 Tonner, die ja auch relativ wie Diesel verbrauchen, dass man die möglichst schnell auch dekarbonisiert, sprich die schnell mit nachhaltigen Treibstoffen versorgt. Und da ist Wasserstoff eine wirklich gute Alternative. Wie lange dauert das noch, bis flächendeckend LKWs sogar mit Wasserstoff fahren? Also flächendeckend Dauer, denke ich mal schon. Aber ich sage mal so, in Nordfriesland gehen wir davon aus, dass wir nächstes Jahr auch die ersten LKWs hier laufen haben. Busse fahren ja schon teilweise. Busse fahren schon. Ja, sind jetzt auch noch welche dazu bestellt worden. Wir gehen davon aus, dass wir so fast noch acht, ich glaube ich sechs oder acht Busse nochmal dazukommen jetzt und noch weitere. Dann auch mehr Wasserstoff sozusagen, über den öffentlichen Nahverkehr auch verbraucht wird. Und dann schielen wir natürlich auf die LKWs, die wir auch hier beliefern wollen. Und dazu gehören natürlich erst mal die, die in diesen Umkreis fahren. Also die Entsorger und Versorger, die hier fahren. Und das sind viele, viele LKWs, die man dann hier mit erreichen kann. Ist es denn günstiger, Wasserstoff zu tanken als Diesel? Ja, wenn man das heute über zehn Jahre rechnet, das tun die wenigsten. Ja, die gucken halt jetzt, ne? Wir gucken jetzt und sagen, normalerweise mein Leasing vom LKW läuft fünf Jahre und die Ausschreibung bei den Bussen läuft auch immer nur fünf Jahre beim öffentlichen Nahverkehr. Aber nee, wenn man es richtig reinrechnet und vor allen Dingen, da muss man dann ja nochmal ehrlicherweise vielleicht auch die Kosten dazu rechnen, die den CO2 in Zukunft eben auch noch den Diesel teurer machen. Und daher rechnet sich das tatsächlich schon. Wir werden ja sowieso sehr wahrscheinlich jetzt nicht nur an den Tankstellen, aber überall erfahren, dass es noch teurer wird, was auch damit zusammenhängt, was gerade in der Ostukraine passiert, in der Ukraine der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Ich möchte mit dir jetzt über die Auswirkungen auf Deutschland, nicht politisch, sondern auf den Bereich der erneuerbaren Energien, auf Wärme, auf generell sprechen. Kannst du da pauschal jetzt schon sagen, Mensch, was passiert hier bei uns in Deutschland? Und profitieren möchte ich gar nicht ausdrücken. Aber wie kann GP Joule davon auch profitieren? Ja, profitieren ist tatsächlich nicht das richtige Wort dafür. Als ich diese Nachricht letzte Woche erfahren habe, dass da ein Krieg droht und dann nachfolgend auch in den verschiedenen politischen Gesprächen eben ganz klar herausgestellt wurde, dass wir den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigen müssen und viel schnelleres Planungsverfahren brauchen und dies und jenes. Natürlich freut mich das, dass das auch kommt, dass das läuft. Aber ich ärgere mich auch, weil es so lange dauert. Und dass es sowas gebraucht hat? Dass es eben erst so eine schlimme Sache gebraucht hat, damit die Menschheit versteht, was eigentlich wirklich wichtig ist. Nämlich, um eine Demokratie zu sichern, muss ich halt mit, darf ich nur mit Ländern auch kommunizieren, die auch meine Werte eben entsprechen. Und wenn ich es nicht tue, dann kommt da eben auch sowas dabei raus. Und ich glaube, wie gesagt, das ärgert mich so ein bisschen, weil da hätten wir auch schon viel weiter sein können, wo wir eben heute sind. Aber nichtsdestotrotz sind es jetzt Signale, die, und das hat nichts mit unserem Unternehmen zu tun, und da profitieren wir vielleicht auch von. Aber es geht jetzt erst mal darum, dass wir auch tatsächlich schaffen, hier eine Versorgungssicherheit auch aufzubauen. Und da wollen wir uns auch mit dran beteiligen. Und wir wollen es eben auch so gerne haben, dass der Mittelstand oder die Kleinunternehmer jetzt auch davon profitieren, die die letzten Jahre auch genau diese wichtige Basisarbeit gemacht haben und nicht eben die Konzerne nur davon profitieren sollten. Das ist uns ganz wichtig, dass wir auch da wieder zeigen, dass eben gerade diese kleinen dezentralen Anlagen, dass die eben dafür sorgen, dass wir nämlich demokratisch Energie erzeugen und die Fläche was davon hat. Und da spielt, denke ich mal, Nordfriesland eine große Rolle, was es angeht, wie wir uns die letzten Jahre oder Jahrzehnte, muss ich ja sagen, auch hier mit dem Thema der erneuerbaren Energien beschäftigt haben, nämlich, dass wir hier viele Bürgerwindparks haben, Bürgersolarparks haben, dass wir es gemeinschaftlich anpacken, diese Probleme. Und dass es eben hier wirklich eine gesellschaftliche Leistung ist, auch sowas aufzubauen und das verbindet auch, muss ich sagen. Und da haben wir, glaube ich, gute Voraussetzungen, dass wir hier ein Wirtschaftssystem aufbauen, was ich würde mal sagen, wir können schon froh sein, wenn wir eben unseren Status erhalten können, so viel zum Profitieren. Wenn wir das schaffen, dann sind wir schon gut unter diesen aktuellen Umständen oder drohenden Umständen. Da, denke ich mal, sollten wir froh sein, wenn wir unseren Status quo erhalten können und zusätzlich eben bei dem ganzen Kummer auch die Energiewende beziehungsweise das Eindämmen des Klimawandels eben auch nicht aus den Augen verlieren, weil diese Gefahr bleibt halt trotzdem da. Also sie verschwindet jetzt nicht. Und natürlich muss man jetzt erst mal die Versorgungssicherheit nach vorne heben und natürlich treffen wir jetzt auch mal Entscheidungen, die vielleicht kurzfristig jetzt mal nicht gut sind fürs Klima. Aber ich denke mal, unser Ziel sollte hier schon sein und so sehen wir es eben auch intern, dass wir gute Chancen haben, uns eben auch wieder schnell oder nicht wieder, dass wir uns schnell eben auch eigenständig machen können im Bereich der Energiewirtschaft. Und davon profitiert natürlich dann, wenn wir es jetzt mal rein wirtschaftlich sehen, natürlich eine Region wie Schleswig-Holstein schon, weil wir sind ein Flächenland, wir können die Flächen anbieten. Wir haben jetzt mittlerweile auch verstanden, dass wir die Energie nicht nur über die Grenze nach Niedersachsen oder Hamburg verkaufen sollten, sondern dass wir da mehr raus machen sollten, dass wir da eine Wertschöpfung daraus generieren und dass wir das eben am besten in Form von Wärme, Wasserstoff oder Mobilität verkaufen. Das ist so, da wollen wir hin. Was droht uns denn jetzt eigentlich, wenn das sich in Russland noch weiter zuspitzt? Wir drehen Putin den Geldhahn zu, er dreht uns den Gashahn zu. Was hat das für direkte Konsequenzen für uns Bürger letztendlich auch? Ja, ich glaube, es besteht ja im Moment glaube ich schon die Gefahr, dass Gas wirklich knapp wird, dass auch vielleicht auch Gas in irgendeiner Art und Weise hier auch im Verbrauch auch ein bisschen sanktioniert wird. Da glaube ich, können wir uns schon darauf einstellen, nun ist es gut, dass das früher kommt und dass es wärmer wird, sodass eben der ganz große Gasabsatz, der ja im Wärmebereich stattfindet, dass der dann ein bisschen zurückgeht. Die Möglichkeiten, die wir jetzt hier haben, sind natürlich die, dass wir jetzt gerade im Wärmemarkt viel kompensieren können mit vernünftigen Fernwärmesystemen, wo wir dann tatsächlich eher mit unserem Strom die Wärme erzeugen, die wir hier aus den Erneuerbaren haben oder dass wir eben auch umdenken, gerade was die Mobilität angeht, weil Gas ist halt auch nur eine Form zu heizen, da gehört natürlich auch Heizöl dazu beziehungsweise Diesel, es ist genau das Gleiche, dass man da eben auch schaut, wie können wir mit den Reserven oder mit den Speichern auch umgehen, die wir so haben, um uns vernünftig zu versorgen. Ich gehe davon aus, und das steht auch schon so in den Papieren drinnen, dass sich Sachen grundsätzlich ändern werden und da vielleicht nochmal kurz zurückkommt auf den gestrigen Tag, wo die Sondersitzung war vom Bundestag mit der Ansprache von unserem Kanzler Scholz, da musste ich auch erst mal, ich habe mir das angeguckt im Fernsehen und da musste ich schon erst mal schlucken und nicht, weil ich jetzt irgendwie, ja, das alles nicht verstehen kann, sondern weil ich eigentlich so ein bisschen auch überwältigt bin von der Dynamik, die das jetzt annimmt, das ist schon historisch, was da passiert ist. Einmal aus Sicht natürlich ganz klar, das, was in der Ukraine ist, das ist ein Thema, was immer im Vordergrund stehen sollte und mich auch in erster Linie beschäftigt, aber die anderen Themen, die angesprochen wurden, sind neben den Rüstungspaketen und was da noch verabschiedet worden ist, eben sich tatsächlich im Bundestag so eine Einigkeit eben auch zu erzeugen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien ein ganz wesentlicher, auch einen Freiheitsbeitrag leisten kann, das mal gehört zu bekommen in so einer großen Sitzung und alle klatschen dann auch noch dazu, das macht mir Mut. Fast alle. Das macht mir bei mir sehr viel Mut und das finde ich, das gibt auch echt eine tolle Dynamik dann da rein, dass ich glaube, dass sich auch viele jetzt angesprochen fühlen und sagen, ja, wir machen das jetzt auch, also wir sorgen jetzt dafür, wir können vielleicht die anderen Sachen jetzt nicht regeln von da aus, wo wir jetzt sind, aber das kriegen wir hin, da können wir dran arbeiten, dafür sind wir da, dafür haben wir die letzten Jahre auch hier uns gut vorbereitet und jetzt müssen wir nur, ich sage mal, das auch schnell in die Umsetzung bringen und da werden wir auch wieder, ich sage mal, die Politik daran erinnern, dass wir das auch in die Umsetzung bringen wollen. Das wollte ich gerade sagen. Ist das nur heiße Luft, was da gestern gesagt wurde? Glaubst du das oder glaubst du, ist auch wirklich was hinter? Und macht dich das wütend, dass erst sowas passieren musste, damit die Politik, ich sage mal, wach wird? Ja, wenn man das auch rein aus diesem, wirklich sich auf diesen energiewirtschaftlichen Bereich konzentriert, dann kann man das wütend machen. In erster Linie macht mich das traurig. Ist das aus der Not heraus jetzt, dass die Politik sagt, jetzt, okay, jetzt doch, jetzt brauchen wir doch die Erneuerbaren. Ja. Wie siehst du das? Ja, das ist genau, das ist auch so, das ist auch, das ist, das ist ja keine Überzeugung, die dahinter steckt, oder? Ja, ich glaube schon, dass wir das die letzten, man kann ja nicht sagen, dass es jetzt nicht schon in den letzten zwei Jahren nach oben gegangen ist, die Überzeugung dafür, dass die Erneuerbaren Energieen wirklich eine wesentliche Rolle spielen können. Das haben wir jetzt ja auch nach der Wahl und mit der Bundestagswahl doch auch erlebt. Aber ich glaube, dass wir wirklich jetzt auch eine Chance haben und natürlich werden auch wieder andere Stimmen, wenn sie es vielleicht ja hoffentlich auch positiv ganz schnell in der Ukraine entwickelt, dann wird vielleicht auch wieder andere Stimmen schnell laut, aber da müssen wir eben wieder alle daran erinnern. Natürlich ist das schwer. Wir sehen das ja auch mit Corona. Das war eine kurze Änderung. Alle haben gesagt, jetzt wird viel Geld in die Bildung geschickt und ins Gesundheitswesen und ich glaube, da ist auch noch nicht so viel angekommen. Man muss dranbleiben. Man muss jetzt dranbleiben. Energie ist eine wesentliche Rolle für unser deutsches Wirtschaftssystem oder europäisches Wirtschaftssystem und da werden vielleicht, ich glaube, tatsächlich andere Prioritäten jetzt auch gesetzt. Aber es ist tatsächlich schade, dass es dadurch erst dazu kommen konnte, dass eben die Menschen da umdenken und auch die Verantwortlichen da umdenken. Aber es ist auch ein bisschen der Zeit geschuldet. So ein Wandel, wie wir ihn vorhaben, der ist nicht so einfach zu managen. Die Leute sind eingefahren und ich kann auch das häufig verstehen, wir müssen viele Interessen vereinen und wir müssen den Leuten auch zeigen, worum es geht und dadurch ja beim Thema Klimawandel, das ist auch ein bisschen abstrakt. Das ist so etwas, was noch gefühlt für viele Leute noch in weiter Ferne ist, was ja überhaupt nicht stimmt. Aber gefühlt ist es schon so und viele sagen auch, unser Beitrag ist gar nicht so groß, dass wir das verändern können und ich sage mal, doch, jeder Beitrag zählt. Und das ist auch, denke ich mal, jetzt auch klar und das Schöne ist tatsächlich, dass die erneuerbaren Energien ja genau das machen, was wir brauchen, nämlich wir sind, wir wollen ja nicht autark sein, wir wollen autonom sein, wir wollen, wir können da mitbestimmen. Wir haben, wie gesagt, die meisten erneuerbaren Energienanlagen sind in, ich sage mal, in kleiner, entweder in kleiner Hand oder in mittelständischer Hand, aber viel weniger in Konzernhand, wenn man so sieht. Und das ist ja etwas Gerechtes. Dann weiß man auch, dass es gerecht verteilt wird und das ist auch demokratisch dann und da bauen wir auch drauf, dass wir dieses System auch möglichst lange so halten können. Obe, meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche. Die lautet, ich wollte schon immer meine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du denn gerne meine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Ich wünsche mir die Zeit, dass ich mal Tee trinken kann, generell. Also normalerweise müsste ich jetzt sagen, auf jeden Fall mit meiner Frau mache ich zu selten, dass ich mir die Zeit dafür nehme. Die lasse ich nicht durchgehen. Die lässt du nicht durchgehen. Nee, aber sonst, ja, es gibt da schon, ich sage mal jetzt, die, die jetzt da stark am regulieren sind in Berlin, mit denen würde ich schon gerne mal eine Tasse Tee trinken und dazu gehört vielleicht auch einer und das ist einer der prominenten Schleswig-Holsteiner auch, die wir ja auch da haben, das ist ein Robert Habeck. Ich wollte gerade sagen, da bietet sich doch eigentlich die Husum Wind 2023 an, Ist ein bisschen spät, aber so lange wollen wir nicht warten. Aber spätestens dann, oder? Da sollte er sich doch wohl blicken lassen. Was meinst du? Jaja, ich würde hoffen, dass wir da weiter im Austausch stehen können oder auch noch vielleicht ein bisschen enger in den Austausch kommen, weil wir sehen es ganz häufig, dass die Berliner, die schauen schon ein bisschen anders auf das Energiesystem und sie lassen sich in meinen Augen manchmal ein bisschen zu wenig beraten von Seiten der, ich sage mal, der Bevölkerung, die viel dafür getan hat, dass wir überhaupt da sind, wo wir heute stehen. Also auch die lassen sich eher mal von anderen beraten, die vielleicht auch noch gar nicht so viel gesehen haben und da bilde ich mir nicht ein, dass ich der Einzige da bin, der da einiges weiß, aber ich bin einer von denen und deswegen würde ich mir schon wünschen mit Robert Habeck, ich würde auch nach Flensburg kommen, ich würde auch nach Flensburg fahren, aber ich würde auch nach Berlin fahren, wenn man eine Chance für eine Dreiviertelstunde beim guten Tee, dann nehme ich wahrscheinlich den mit. Ja, selbstverständlich. Und dann kann man sich vielleicht da mal doch austauschen, weil ich glaube, das, was ansteht, das sind halt viele Veränderungen und ja, da leisten wir gerne einen Beitrag zu. Die Tour nach Berlin mit dem Elektroauto oder mit dem Wasserstoffauto? Was ist leichter? Ja, ich bin ja tatsächlich auch ein batterieelektrischer Fahrer. Ich glaube, das wird auch in der Zukunft erstmal so bleiben, der klassische Individualverkehr wird batterieelektrisch bleiben. Ich hoffe, dass es dann aber nicht immer unbedingt darum geht, den möglichst größten Akku zu haben, sondern wir plädieren dafür, möglichst viele Ladesäulen zu bauen, weil das hilft viel mehr als große Akkus, weil wir müssen auch sehen, dass unsere Ressourcen richtig eingesetzt werden und nicht jedes Auto braucht einen großen Akku, weil wir brauchen auch die Akkus nicht nur hier in Deutschland, wir brauchen sie auch überall auf der Welt, in Entwicklungsländern und deswegen ist es mir wichtig, dass wir das auch global sehen, die Problematik und nicht nur sagen, wir können uns immer einen Akku leisten und andere eben nicht. Deswegen lieber kleinere Akkus und ich sage immer, wenn es dann eine lange Reise wird für jemanden, denn es ist, glaube ich, es ist ein Zukunftsmodell, dann fährt er mit einem batterieelektrischen Auto ab, hat hinten einen kleinen Wasserstofftank drinne und mit einer kleinen Brennstoffzelle und mit dieser Ladung kann er auch quer durch Deutschland mit seinem Elektroauto fahren und dann kann er bei einer schönen Wasserstofftankstelle von GPJoule vielleicht auch in Bayern und in Mitteldeutschland gut tanken. Sehr schön, denn zum Abschluss hätte ich dich mit Owe Pedersen von GPJoule vorgestellt, hättest du den Raum direkt verlassen oder hast du dich mittlerweile daran gewöhnt? Ja, GPJoule, das gehört schon irgendwie mittlerweile dazu. Ist ja auch ganz gut, wenn irgendwann mal, ich sage mal so, das so ein Eigenname wird und nicht immer nur GPJoule gesagt wird, aber es ist tatsächlich für uns immer wieder auch ein guter Auftakt in jedes Gespräch, dass man sagt, es ist nicht GPJoule, es ist GPJoule. Warum denn? Erzähl nochmal abschließen. Ja, Gärtner Pedersen und dahinter die Energieeinheit. Joule, jawohl. Mehr kann jetzt nicht kommen. Owe Pedersen, vielen Dank. Das war Tore's Tea Time in den Reusenköken bei GPJoule mit Owe Pedersen hier im Gästehaus. Im Gästehaus. Im Gästehaus. Vielen Dank. Ciao.